ja spektakulär also auch gesehen ich habe mein war für ein bisschen geändert ja ich weiß sie schon und damit herzlich willkommen zu einer weiteren runde und war frame und fehlt noch eine und die ist glaube ich rausgeflogen was aber damen start ich hoffe man sie kann uns noch nachschauen ja und zwar ist das die sharing lady nein ist das nicht modern talking so auf jeden fall müssen wir alle gegner töten also 54 stück das ist eigentlich zu schaffen es sei denn wir laufen okay mit eva noch mal mein schwert genau so genau habe ich ja noch gar nicht gezeigt ja du 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 greifst mit two swords an aber das war hier noch nicht vor allem ich habe es endlich geschafft den neuen skill zu bekommen ja alter ist das ding heftig nur mal um das ding noch mal in erinnerung zu rufen ja und pass mal auf mein neuer skill was doppelgänger von dir und der wird dann angegriffen und der greift auch mit an aber sagt er macht aber keinen schaden schade aber es ist aber ein schönes ablenkungsmanöver ja wie sagt scheiße mann und ich glaube wir müssen erstmal kurz alleine weitermachen und dann müssen wir hinterher join ja das denke ich auch weil das wird sonst nix genau sie raus ja deswegen weil das ist komisch irgendwie aber aber sie hatte die messe hier schon aber das level hat er ja schon genau okay dann lasst uns das mal jetzt alleine hier durchziehen schnell und dann muss er jetzt lang rechts über lang jeder durch die türen durch die türen musst du gehen da stehen sie schon die artig warte mach ich mal kurz so machen wir überraschen wir so ein bisschen kommen sie kommen aus allen ecken so dann wollen wir mal darauf alles schießen lassen wach und wo schießen die denn ich sehe jetzt gar nichts hier ach die kommen von oben auch noch habe ich jetzt gerade gekillt so ist er wieder diese grüne munition einsammeln ist auch noch einer gewesen wo seine er kommt unter der sack wo ich jetzt eine bombe am arsch ja das war gerade eine granate also hier müssen wir dann schon auf den felsen lang so hier genau hier kann ich hoch laufen so weit wollte ich doch gar nicht im keller charlie wo bist du im keller sagt so ach diese kanoniere und ich habe ihn hat was geschossen ich habe ich glaube du hast ihn erwischt gehabt haben wir hier oben haben wir hier um kisten oder so oder unten können wir wieder runter laufen das hier das ist aber dieses hammergeil ich mach mal das rutschen das kann so aufschießen nach wie geil ist ja das gesehen den penner hier erwischt er jetzt hier unten zappelt den habe ich gar nicht gesehen da der kam auch gerade angelaufen so und vor allem ich habe noch eine neue waffe gekauft hatte bist du dann habe ich auch ja genau die doppeläufigen ja da schießt noch irgendwie ich werde immer ablenken geile sache ist ein schönes kühler die schließen gleich wieder die tür zu war ich habe doch meine shotgun um wechseln ich habe ihn abgemetzelt mit einem schlaf was kannst du auch mich angreifen ja wie gesagt ist fran die feier also ok ja schon echt verschärft ja aber ich mach mal unten hier ein bisschen platt ja ich hoffe hier unten ist irgendwas mal wieder nicht toll nach hier noch da habe ich ihn weg auf die das so argumentiert gesehen die ist ja beim beim tor eben gerade so runtergekommen der sack weil da unten haben wir hier um die türen ja die ist hier zu alles dann müssen wir runter machen wir mal einen schönen freiflug nach unten so gehen da durch die türen ich habe mich da so schön abgerollt beim springen sagt schon geil aus die kommen wir schon von da oben ne ja 32 gegner noch scheiße ich habe keine energie mehr verdammt das war gerade mein verdienst level ab 25 plus gesundheit habe ich habe mir schon mehr gesundheit glück und ich will aber jetzt die dadurch hat sich mal auch meine energie aufgeladen das ist cool also hier ist nix hier oben so hier ist eine geile seilrutsche die benutze ich mal gucken ob ich das treff das ist doch mal eine geile kamera ich habe sie getroffen cool ja man muss immer erst die gelben Picher weg äh äh ratzen weil sonst kommen immer wieder diese komischen scheiß Bomben da schießt eine so eine nix hier einen sack blei ich lade nach ja ich auch hier ist kasslerkopf schießen ich habe ihn erledigt wenn du so schön abgelenkt hast hier ist noch erfahrung hier unten hier unten an der treppe da müsste so ein heller ball liegen hier unten normalerweise ah genau da habe ich es gehört ja das gibt es heute gratis ja das gibt es heute gratis der kleine zukünftige let's player richtig von shikamaru der will auch mit uns warframe zocken aber er kommt noch nicht an die tastatur ran noch nicht hier liegt eine karte wo haben die denn hier hin wo haben wir denn hier weg abgeschossen oh schon wieder vitalität oh ich habe einen schlagpunkt gekriegt das müsste glaube ich fürs schwer sein glaube ich wenn mich nicht alles täuscht die ist eine blaue kugel die blauen kugelchen die blauen kugeln das ist deine energie womit du hier deine skills benutzen kannst ah ok warum leuchtet das denn noch hier liegt hier noch eine karte für dich ne irgendwie leuchtet das ding hier also ich bin hier schon höher gelatscht mhm ja dann keine ahnung äh das ist bestimmt für sherry lady also ein registrierter spiel dass die vielleicht noch drin ist oder so das kann natürlich auch sein so aber wir müssen glaube ich in der konsole hacken sonst kommen wir nicht weiter zum hacken oder ja ich guck mal wie geht das also ich klicke hier drauf ja und das muss ich nicht jetzt machen die platten so verschieben dass sich die linien alle kreuzen und verbinden ah ok äh hier ist nicht so oder ist gequatscht oh ich habe es nicht hingekriegt ja dann lass mich mal schnell warte mal ich versuche nochmal ok äh so 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 äh ok gar nicht so leicht ne es ist gar nicht so leicht also oder wenn ich wimmel will spiele leichter ja dann hack du mal da brauche ich noch ein bisschen übung drin ja wo sind die jetzt nach vorne ja kopfschuss yeah ich lade grad nach oh da ist wieder so ein gelber das war ein gelber oh was ist das denn für eine ey wieso haben alter wieso machen wir so damage wieso ist denn hier alles so rot oh cool hier sind noch erfahrung und hier ist noch erfahrung ne und polymer das habe ich gar nicht gesehen wir haben ja auch eben gerade erst aufgeschlagen achso die dinge kann man auch noch aufschlagen ja ja wie gesagt da muss man immer drauf das ist wie mit den spinns aua ne wie gesagt so was liegt hier noch pistolenmonie äh was haben wir hier noch schönes hier hinten ist bestimmt auch wieder was zum aufmachen ne doch nicht ööö klopp mal auf da da ist nix drinne aber hier vorne die äh die truhe kann es aufmachen äh ohne ermerzen sagt er genau diese truhe kann man aufschlagen zum beispiel siehst du da war erfahrung ey cool und ui ich hab jetzt 330 hp das sind das da ist wieder ne karte ja durchschlag in der treffer ach wieder für meinen rival panzerbrechend zielsicherer stahl habe ich gekriegt mit 5% crit au ja das ist auch wieder was zu schwert oh wieder ne bombe ich hab ne bombe am arsch und davon liegt erfahrung cool du hast gar nicht gesehen dass der typ da hinter dir war war ne war ich zu schnell ey du bist du du wohnst ich liebe meine strontenflinte ey die macht so übelst den damage ey der kommt hier runter hier ist noch eine truhe war nix drin die war leer äh den habe ich gerade weg gefeuert ja hier ist auch noch wieder ne truhe nirg aber ich wusste noch eine irgendwo haben wir noch eine wo sind wir jetzt äh kann man runter ne runter kann man nicht wo sind der Vogel ach alles klar der ist bestimmt da oben oder so oh scheiße daneben gesprungen da oben ist ja alles klar oh na na ja total verloben los kommen hoch die mann zack so und so was verschießen da ach da hinten ist er das war ich ja 82 noch sei blöd entfernung muss es ihm einsammeln entfernen ist auslöschen entfernt hasse entfernt ist entfernen und zurückgehen dann verlässt du die sitzung so was haben wir hier auch ach wir sind durch mit den gegnern also jetzt können wir uns in aller ruhe nein ganz normal unten links zurückgehen da muss uns zurück sein ach so ja dann bist du draußen ach da und hier noch eine Truhe nein nein bist du nicht bist du nicht wuch wuch da zum beispiel was geile ist wenn du zu weit weg bist oder so ne ja kann ich hier so ein wegpunkt legen echt naja ach da y point zum beispiel in den höheren levels braucht man das weil man sich doch leicht verliert in den levels wenn man als gruppe unterwegs ist und dann wenn du denn so wie wir hier skypen dann so eine karte und dann fragst du wo und dann so ja ich mache wegpunkt ja oder es gibt dann leute die dann halt zu schnell voraus sind und dieses wesentliche umsehen der gruppe nicht ist so schön ist alles klar da wollen wir nicht rein in den kanal ok so mal gucken da vorne geht es lang und oben ist auch eine türe ne ja ich glaube die hier ist gesperrt so wird ausschaut ja die ist gut dann müssen wir hier in die rein weil die zeigt auch auf der karte so ein ach scheiße verdammt warte mal ich komme kurz die wand hochgelaufen ey ich glaube dass wir jetzt die ganzen treppen da lang jetzt muss ich mal schön an der wand entlang wiiiihuuu und zack das ist doch mal ein wunderherd und du bist an einer tru vorbeigelaufen was ja das sieht man manchmal echt zu schlecht ne ja ich weiß nicht also die als wenn die mit zum level gehören äh gehören sie ja eigentlich aber oh da waren noch erfahrungen siehst du waaat das hätte ich jetzt echt nicht gesehen ne hättest du mich nicht ja und die vielen kleinen kartoffelchen ne ja genau aber wir sind ja durch mit den gegnern eigentlich schon ich habe gedacht da kommen wirklich noch die wir haben alle 54 oder 52 gerade war besiegt sagt er drücken sein könnte ja ja das ist ja rüber gesprungen ja geil ne alter ja das spiel war übelst laune auch da sogar noch nicht ist also die ist alles wieso sind die leer weiß ich nicht haben wir hier schon mal ich habe die bestimmt wieder ne ja die geistert hier heimlich rein und sagt dir die ist bloß rausgeflogen weißt du haben wir denn unten noch irgendwo ne kiste ich glaube oder glauben ist nicht wissen ne und glauben kann man in Kirche ja richtig in die Kirche wir gucken jetzt im Tierpark genau ne hier ist alles fertig dann lassen wir noch mal weiter dann müssen wir oh scheiße ach wir sind schon durch geil cool so warte mal zum letzten ding so ein spektakulären so bojo und welche extraktions punkt und mit dieser netten filmsequenz verabschieden wir uns erstmal in bis zum nächsten bis zum nächsten let's play fahren ja mit missionerfolg neu abgeschlossen bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal warte 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 warte